Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute spielen wir mal ein ganz tolles Basketballspiel und das spiele ich nicht alleine und zwar mit dabei Nikic. Hallo. Und natürlich nicht zu vergessen der legendäre Robin. Warte mal kurz, ich hole mir nochmal eben einen Blöden, ja? Ich komme gleich wieder. Den zieh ich mir gerne rein. Okay. Alter, das war so scheiße. Ich glaube, ich habe mir da eben einen Blöden geholt. Das ist ja ein billiges Zeug, aber ist egal. Aber für die Obdachlosen reicht das. Okay, Ryan in die Partie. Let's go. Kann man hier auch irgendwie so einen gut Kick in die Runde machen? Ich wünsche euch allen mal einen gut Kick in die Runde. Ich klaufe mal hier auf den Tisch. Dreimal auf Holz geklopft. Okay, rein. Wenn wir doch alle Dreier reingehen. Wir haben direkt einen Korbi. So muss das. Jucko. Gönn dir. Nein. Ich hab dich geboten. Ja. Stark. Ey. Ich steige mich. Was hat den Idiot einfach genommen? Wo ist der Ball? Ach, dahinter. Ich hab den. Hahaha. Warum ist der Dicke immer? Nein. Warum kann man den nicht so... Scheiße. Jumme, ich stehe hinter den und boxe den komplett tot, aber das klappt einfach nicht. Robin. Mit dich. Hier. Spiel rein. Der geht nicht. Glaub mir. Ach so, das nicht was. Ja, ich bin die Frau hier. Die pinkhaarige. Oder blond. Ja, haben die nicht so lange gebraucht ist. Jawohl, da ist das Ding. Man kann gar nicht einschätzen, wo der Doppelung vorhin gehen, ne? Also ich glaub, man muss auf den Schatten gucken. Manchmal geht man auf den Korb, aber dann geht er gar nicht auf den Korb. Ja, SF ist Seitenverteidiger, SG ist, äh, ne? Du weißt schon, kennt man ja, ne? Ja, ja. Gegenstandard, ne? Ja. Machst du? Jawohl. Wobbel hat das jetzt bekommen. Oder was? Wahrscheinlich. Nein, also, dass du wirklich bist, du kriegst nicht mal den Ballergericht. Ja, ja. Jawohl. Jawohl. Mach den da nicht so groß raus. Ich bin draußen. Aber Nico ist auch draußen. Oh. Jawohl. Den Ball. Verwechst du. Jo, an allem vorbei. Also, ich... Ist mir noch ein Riff, wie man die Bälle... von jemandem schlaut. Ja, das sind die Bälle. Das ist extra von unaktisch gar nicht. Jetzt. Ja. Jawohl. Echt? We did it. We did it. We did it. Ist ja lächerlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Und Ränder. Oh. Jawohl. So muss das. Ja. Fälto. Hahaha. Ach. Ach. Schade. Jawohl. Haben wir easy gewonnen? Jawohl. Wir sind einfach die Besten. Ja, geht noch in Runde 2 oder nicht? Ja klar. Ja, noch eine weitere Runde kommt doch jetzt, ne? Das ist natürlich klar. Ja, geht noch in Runde 2 oder nicht? Ja klar. Stark. Wutz. Guck mal. Oh, Nikolai hat 8 Punkte. Ja, Robin hat gar keinen. Ja. Schauen wir mal nochmal meine Highlights an. Ja, ich habe auch so viele Versuchen gemacht, ne? Ach. Der war ja stark. So, jetzt geht's in die zweite Runde. Jetzt geht's rein. So direkt direkt? Ich hab den. Direkt wieder rein. Damit er so springt, ne? Sag, rein da rein, 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 Oh. Machst du? Putz. Ja. Nein. Wir springen direkt raus. Och nee. Das ist auch richtig so. Ach, jörg. Aber die machen mal platt. Die machen mal platt. Was ist hier? Sind da? Ja, let's go. Der ist halt irgendwie ein bisschen behindert, ne? Jo, den, den gerade eben auch. Ja, ja, was ist denn das? Ja. Und kann halt null verteidigen irgendwie. Jungs. Information richtig. Guck mal, guck mal, guck mal. Oh, hast du gesehen? Hinten rum. Ja, der geht noch. Sind ihre Informationen richtig? Ja, oh. Okay, perfekt. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das ist schlecht für die Moral. Das ist ganz schlecht. Nee. Kannst du so aus? Doch, gut. Kann der hier dreier? Nee. Robin! Der lange Lula. Ja! Jawoll! Da ist da Dingeln! Da ist da Dingeln drin! Ja! 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 Voller Elan, der Junge. So. Jetzt in den Mittel rein. Mach von hier. Oder Robin, mach den einfach von da. Oh! Der war reingespinnt. Der war richtig schön. Ja, ich hab auch auf Versehen L1 dabei. Ja, Trickshot. Mach ihn! Nein. Ey, dann ist doch lächerlich. Der Dicke kann hier gar nichts. Ja. Wieder gewonnen. Wir sind ja schon die Besten. Wir sind ja schon die Besten. Dinger, hab ich irgendein Sweet Home Alabama T-Shirt an? Sag, sag mal ran hier. Ui! 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 Ich hab jetzt mal eigentlich einen Punkt gemacht. Oh, gar nichts. Nur Assists. Oh, ich hab drei Rebounds. Ich hab auch nur einen Assists gemacht. Ja! Naja, und zwei. Das waren dann jetzt zwei tolle Runden, in denen wir gewonnen haben. Und das war's dann jetzt auch mit dem Video. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschau! Ja, gut kick. Gut kick, ja. Nixas, willst du auch noch was sagen? Ne. Perfekt, tschau! Nerviert, es ist irgendwo in dem Moment bedroht. Appendock. Yeah! Ja! Ja! Ja!